Danke, Master Cook. Wir übernehmen. Lebt wohl und gute Reise, Gentlemen. Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben gerade Alevade auswendig gemacht. Gut, dann frischen Mut ist voran. Und ich habe vergessen aufzunehmen. Genau deswegen sind wir hier. Bringt die Hauptsegel in den Wind. So, und deshalb fahren wir jetzt auch weiter. So, und ich will nicht herausfinden, worauf es ankommt. Halten wir uns fern. Wie soll man denn hier auf kleineren Flüssen bleiben? Nichts gegen Captain Cook, aber die Lady hat mehr Feuerkraft als alles, was ich bisher zu sehen, die ihre hatte. Oh, äh, das hier war kalt, ne? Ich hab nicht viel Zeit. Ich muss... Holz. Stopp. Na? Nein. Holz. Weg hier. Bevor das Schiff explodiert. Oh. Stimmt, hier war's ja kalt. Captain hat der Steuer! Großsegel setzen! Setz Topf, Bram und Marssegel! Ach du vor deinem Wrack, Captain! Ich sag jetzt nicht, dass das Schiff da gerade entlang kommt. Ah, alles okay. Alles okay. Ach, das war ein... Fässer-Minen. Ich geh zum Vor und finde heraus, was Adewale dort treibt. Bleibt mit der Morrigan in der Nähe, Gibst. Ich bleibe mit ihr hier und schütze sie. Viel Glück, Shay. Ich mache mir mein Glück. Master Kenway. Master Kenway. Langsam hasse ich dieses Spiel. Immer mehr. Denn ich bin ein Assassine. Ich kämpfe für das Gute. Und möchte nicht mit diesem schrecklichen Templer paktieren. Tieren. Ja. So. Ihr seid am Ende. Euch habe ich gefunden. Na, habt ihr vielleicht ein paar Kugeln für mich übrig? Ah. Keine Kugeln. Aber ey. Wir liegen von euch am besten auf. Hätte ich keine Zwei-Berser-Karfeile verschwenden müssen. Beerenfälle. Mhm. Ein bisschen Vaserka-Pfeile. Ein bisschen davon. Haben die denn noch ein paar? Cool. Also so Schlaf- und Berserker-Fälle sind die Teile, die am geilsten sind. Oh mein Gott. Hör, kommen doch her. Wenn ich nicht aufheufen. Uhuhu. Hallo? Plündere doch einfach die Munition. Kann ich hier hoch? Ne. Schade. Ich muss... Nicht dadurch, sondern hier hoch. Nein, nein, nein! Oh, hä, 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 hä. So ein bisschen solltest du auch... ...wissen, wie du springst. Ab. So. Jetzt aber. So. Wir können synchronisieren. Immerhin. Seht ihr das? An diesem Haus da? Dieses... ...Gekrisselte? Ja, komm schön her. So, ihr könnt jetzt keine Verstärkung mehr holen. Und ich kann hier schön nach oben gehen. Oh mein Gott. Na? Und schnell... ...Hängen. Der darf mich nicht sehen. Scheiße. Na? Na? Komm Uka hmm oh gut dann haben wir jetzt das hier auch geschafft müssen wir nur noch an die wahl heran frage ist wie machen wir das misst müssen irgendwie hoch kriegen wir denn das jetzt hin jetzt eine gute frage so ach miss der sieht mich das war dumm von mir das war dumm von mir kann ich den so töten so die tempel haben ihren hund auf mich gehetzt zeit euren mut zu beweisen die wahl der wachen und auf seinem schiff ich habe keine mörser feuer hier Ja, jetzt haben wir verloren. Wow, das wird gesessen. Scheiße. Wie kriegen wir den? Klappt. Klappt.